Ich möchte weder herrschen noch werden den Erroren. Sondern jedem Menschen helfen, wo immer ich kann. Jeder Mensch sollte dem anderen helfen. Nur so verbessern wir die Welt. Wir sollten am Glück des anderen teilhaben und nicht einander verabscheuen. Wir lassen Maschinen für uns arbeiten und sie denken auch für uns. Aber zuerst kommt die Menschlichkeit und dann erst die Maschinen. Die Habertier hat das Gute im Menschen verschüttet. Hass und Verachtung bringen uns niemals näher. Auf dieser Welt ist Platz genug für jeden und Mutter Erde ist reich genug, um jeden von uns satt zu machen. Das Leben kann ja so erfreulich und wunderbar sein. Wir müssen es nur wieder zu leben lernen.